Also wir haben einen ganz super Film gemacht, den wir jetzt ganz gern zum Mittelfränkischen Filmfest einreichen. Ganz eine tolle Sache, es geht um den Angriff der Klonkrieger auf das Imperium auf der Erde. Das ist super aufwendig gemacht mit einer Prinzessin und so weiter und Klonkriegern und Raumschiffen. Das Ganze ist in epischer Breite erzählt, also ein totales Oeuvre, circa zweieinhalb Stunden lang. Aber das wollte ich ja nicht, obwohl das wirklich wunderschön animiert ist, mit Playmobil-Figuren von mir persönlich im Keller gemacht, also hervorragend. Aber trotzdem wünsche ich euch aus München, vom Medienzentrum München, alles Gute bei eurem Filmfest. So, bei Festivals bleiben ja immer ein paar Flyer übrig. Ich zeige euch mal, was man damit machen kann. Man nehme ein Glas, fülle das voller Wasser, randvoll. Okay, so dürfte das passen, randvoll. Man nehme den Flyer, lege den drauf und zack, Magie. Und damit fasziniert mich auf jeden Fall jeden. Gratulation zu 25 Jahre Jufifi. Ja, und zu eurem 25-jährigen Jubiläum auch noch ein kleiner musikalischer Gruß aus München. Okay! Untertitelung des ZDF, 2020